Moderne Unternehmen nutzen Oracle Datenbanken als ihr digitales Datenlager. Von sensiblen Kundendaten, Mitarbeiterinformationen bis hin zu systemkritischen Anwendungen wird alles gebündelt. Datenbankumgebungen sollten sich dynamisch den Anforderungen des Unternehmens anpassen. Sie sollte zuverlässig und vor allem sicher sein. Die Verwaltung von Oracle Datenbanken ist jedoch zeitaufwendig, bindet viele wertvolle Ressourcen, ist aber dennoch unumgänglich und kein Selbstläufer. Der Managed Oracle Database Service ermöglicht es, diese Verantwortung an Experten abzugeben. So können sich Unternehmen komplett auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Besonders für performanceintensive, enterprise-taugliche und sicherheitskritische Anwendungen bietet der Service die ideale Plattform. Passend für jeden Bedarf wird ein Regular- oder ein High-End-Service angeboten. Zusätzlich kann man Backup und Encryption als ergänzende Leistungen beziehen. Die höchsten Sicherheitsstandards werden so gewährleistet. Zudem ermöglicht die eingebettete Multi-Tenant-Architektur von Oracle eine konstante, effiziente Ressourcenkonsolidierung. Der Managed Oracle Database Service ist kompatibel mit anderen Cloud-Services, kann aber auch als Hybrid mit einer On-Premise-Installation genutzt werden. Weiter können Datenbankleistungen von Trivadis oder Swisscom zusätzlich bezogen werden. Die Ressourcen können jederzeit nach Bedarf angepasst werden. Man bezahlt nur für das, was man bezieht. Datenhaltung, Support und Betrieb sind zu 100% aus der Schweiz gewährleistet. Der Managed Oracle Database Service ist FINMA-compliant und untersteht nicht dem US-Cloud-Act. Ideal auch für Unternehmen aus stark regulierten Branchen, mit dem Ziel, Daten und Applikationen in die moderne IT-Welt zu migrieren. Die cloudbasierte Datenbank aus der Schweiz für die Schweiz. Die geballte Leistung aus der Partnerschaft von Swisscom und Trivadis. Die geballte Leistung aus der Schweiz.